Herzlich Willkommen! Heute möchte ich über das Immunsystem sprechen und die besten 10 Lebensmittel, die dazu beitragen können, seine Funktionsweise zu unterstützen. Es ist ein wenig irreführend über das Immunsystem zu sprechen, da es nicht wirklich so etwas gibt. Wenn wir über das Immunsystem sprechen, meinen wir die Fähigkeit Ihres Körpers sich selbst zu verteidigen. Es ist nicht so, als hätten Sie ein Immunsystem, Sie selbst sind das Immunsystem. Alles an Ihnen trägt dazu bei Ihre Fähigkeit zur Selbstverteidigung zu unterstützen. Sie haben 40 Billionen Zellen und jeder von Ihnen leistet Ihren Beitrag. Sie stellen physische Barrieren bereit, um Eindringlinge fernzuhalten, wie die Haut und die Auskleidung der Lungen und so weiter. Wir haben Zellmembranen, die bestimmen, was hinein und hinausgeht. Viren und Bakterien müssen diese Membranen durchdringen, um einzudringen. Wir haben Schleim, der von Schleimhäuten abgesondert wird, um als Barriere und Falle für Fremdstoffe zu dienen. Wir haben chemische Abwehrmechanismen, wir haben freie Radikale, wir haben Phagozyten, die toxische Substanzen absondern, die diese Eindringlinge vergiften. Wir haben Entgiftungsmechanismen, Leber, Milz und Nieren filtern diese Fremdstoffe und abgebrochenen Substanzen heraus. Und natürlich haben wir das zelluläre Immunsystem, die weißen Blutkörperchen. Das ist oft das, worüber die Leute hauptsächlich sprechen, wenn sie über das Immunsystem sprechen, aber es ist so viel mehr. Wie stärken wir also dieses Immunsystem? Alles beginnt mit vollwertiger Nahrung, die Vitamine, Mineralien, essentielle Aminosäuren und Fettsäuren in natürlicher Form enthält. Diese Bausteine sind unverzichtbar für unsere Zellen, um ihre Aufgaben optimal zu erfüllen. Wenn Sie sich von vollwertigen, nährstoffreichen Lebensmitteln ernähren, stellen Sie kontinuierlich die benötigten Ressourcen bereit, damit Ihr Körper und Ihre Zellen ihr Bestes geben können. Verarbeitete Lebensmittel und Fastfood enthalten weniger Vitamine, Mineralien, Aminosäuren und essentielle Fettsäuren, da diese während des Verarbeitungsprozesses absichtlich entfernt werden. Diese Lebensmittel enthalten Nährstoffe, die keine lange Haltbarkeit haben. Daher werden diese Nährstoffe entfernt, um eine längere Haltbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Oft stellen Menschen die Frage, wie sie ihre Immunität stärken können. Doch dabei sollten wir bedenken, dass es auf eine ausgewogene Balance ankommt. Es gibt Dinge, die der Immunität helfen und Dinge, die sie behindern und wir müssen beide Seiten verstehen. Was der Immunität hilft, sind Dinge wie Vitamin C, Vitamin D und Vitamin A. Diese sind Immunverstärker und aktivieren die weißen Blutkörperchen. Sie spielen eine wichtige Rolle im zellulären Immunsystem. Vitamin A ist entscheidend für die Schleimhäute, die als Barrieren fungieren. Dann haben wir noch Zink, das wichtige Spurenelement zur Aktivierung der weißen Blutkörperchen. Ein weiteres entscheidendes Mineral ist Calcium, aber wir müssen hier über ionisierbares Calcium sprechen, eine Form, die der Körper schnell und effizient in Calcium-Bicarbonat umwandeln kann. Bedauerlicherweise enthalten die meisten handelsüblichen Nahrungsergänzungsmittel Calcium-Carbonat, das auch als Kalkstein oder Kreide bekannt ist. Der Körper kann damit wenig anfangen und es ist äußerst schwierig für ihn es in das benötigte Calcium-Bicarbonat umzuwandeln. Eine wirklich gute Form wäre Calcium-Laktat, das nur einen Schritt davon entfernt ist zu Calcium-Bicarbonat zu werden. Und natürlich sind essentielle Aminosäuren sowie essentielle Fettsäuren wichtig. Essentielle Fettsäuren können Entzündungen beeinflussen und sind entscheidend für die Bildung gesunder Zellmembranen und Schutzbarrieren im Körper. Aminosäuren, die Bausteine der Proteine sind für all diese Immunzellen verantwortlich. Die weißen Blutkörperchen müssen schließlich aus Material hergestellt werden. Du hast wahrscheinlich von Immunglobulinen gehört, das sind Proteine, und sie benötigen essentielle Aminosäuren, um aufgebaut zu werden. Wir sollten aufhören diese Dinge als Medikamente oder Pillen zu betrachten. Oft neigen wir dazu zu glauben, dass wenn eine geringe Menge eine Wirkung hat, eine größere Menge noch besser sein muss. Aber diese Substanzen sind Nährstoffe. Der Körper benötigt lediglich ausreichend davon und das ist genug. Wenn wir genug haben, ist mehr nicht unbedingt besser. Tatsächlich kann ein Überschuss oft verschwendet werden und manchmal sogar das Gleichgewicht im Körper stören. Es handelt sich um Nährstoffe und wir benötigen keine großen Dosen, sondern nur ausreichende Mengen. Ein wichtiger Punkt ist, dass es Dinge gibt, die der Immunität schaden und das sollten wir nicht vergessen. Kein Nährstoff oder keine Pille kann den ständigen Einfluss von Giftstoffen ausgleichen. Der übermäßige Konsum von Zucker, Alkohol und das Rauchen setzen unseren körperschädlichen Substanzen aus, die Nährstoffe nicht ausgleichen können. Stress und verarbeitete Lebensmittel mit wenig Nährstoffen aber viel Zucker und Chemikalien können den Körper im Laufe der Zeit schwächen. Und bevor wir zur Top-10-Liste kommen, möchte ich noch eine Sache ansprechen. Ich verstehe, dass einige von Ihnen direkt zur Liste springen möchten, aber bitte hören Sie mir einen Moment zu. Kein Nährstoff kann Giftstoffe ausgleichen. Lassen Sie uns darüber nachdenken, bevor wir zur Liste übergehen. Das wäre, als würde ich Ihnen ein Rettungsboot anbieten, das tatsächlich Löcher hat und sie eher im Wasser versenkt, als sie zu retten. Kurzfristig denke ich, dass wahrscheinlich 50% des Einflusses auf das, was Sie versuchen, um Ihr Immunsystem zu stärken, damit zu tun haben, was Sie vermeiden. Dann würde ich sagen, dass wahrscheinlich 40% durch Stress bedingt sind, der Ihr Immunsystem beeinträchtigt. Die letzten 10% betreffen die Ernährung und die Dinge, die Sie einnehmen können. Diese Zahlen sind nicht exakt. Ich möchte Ihnen nur eine Vorstellung davon geben, dass wahrscheinlich 90% des Einflusses auf Ihr Immunsystem Dinge sind, auf die die Menschen oft nicht achten. Sie konsumieren viel Zucker und setzen sich extremem Stress aus, und dann fragen Sie sich welche Mittel helfen können, welche Art von Nahrung Sie zu sich nehmen können. Langfristig kann ich wirklich keines davon gegenüber den anderen priorisieren, da sie alle entscheidend sind. Sie müssen Zucker und Giftstoffe vermeiden, Stress reduzieren und echte Lebensmittel essen, damit Ihr Körper auf lange Sicht optimal funktioniert. Bitte behalten Sie das im Hinterkopf, während wir zur Liste übergehen. Nr. 1 unter den Immunstärken den Lebensmitteln ist Knoblauch. Er hat eine jahrtausendealte Tradition bei der Stärkung ihrer Immunität zu helfen. Der aktive Bestandteil im Knoblauch ist eine Schwefelverbindung namens Allicin. Knoblauch hat antibakterielle, antivirale, antimikrotische und antimikrobielle Eigenschaften. Es kann eine Vielzahl von Mikroorganismen abtöten und so unser Immunsystem unterstützen. Es ist zwar kein Nährstoff im herkömmlichen Sinne, aber es hat medizinische Eigenschaften. Zusätzlich dazu enthält Knoblauch 50% der empfohlenen täglichen Menge an Vitamin C pro 100 Gramm. Gehen Sie jedoch nicht davon aus, dass Sie viel Knoblauch essen müssen, da es schwer sein kann 100 Gramm zu essen, insbesondere da Knoblauch am wirksamsten ist, wenn er roh gegessen wird. Außerdem liefert er Ihnen 10% Ihres täglichen Bedarfs an Zink und 18% Ihres Kalziumbedarfs. Das zweite Lebensmittel, das das Immunsystem stärkt, ist Ingwer. Es handelt sich hierbei erneut um ein medizinisches Lebensmittel. Wir schätzen es nicht so sehr aufgrund seiner Nährstoffe, obwohl es einige enthält. Wir wissen, dass Ingwer antimikrobielle Eigenschaften hat und speziell bei Pilzinfektionen wie Candida oder Hefewachstum untersucht wurde. Es kann die Verdauung fördern, sodass Sie mehr Nährstoffe aufnehmen können und gleichzeitig dazu beitragen, eine gesündere Darmflora aufzubauen. Ihre Darmflora ist ein wichtiger Teil Ihres Immunsystems, daher ist ein gesunder Darm und eine gesunde Verdauung von Vorteil. Zudem kann Ingwer als Entzündungshemmer nützlich sein. Lebensmittel Nummer 3 ist die Kurkuma-Wurzel. Der aktive Bestandteil wird Kurkumin genannt. Es ist ebenfalls antimikrobiell, ein Entzündungshemmer und hat die Fähigkeit die Auswirkungen von Stress umzukehren. In einer Studie fand man heraus, dass bei gestressten Mäusen bestimmte Effekte am Nebennierenrinden vergrößert und verdickt waren. Sie produzierten mehr Cortisol und der Hypothalamus reduzierte die Menge an BDNF, einem sehr vorteilhaften Hormon das wir benötigen um neues Gehirngewebe und neue Synapsen im Gehirn zu bilden. Kurkuma kehrte all diese Veränderungen um, daher hat es einen tiefgreifenden Einfluss auf Stress. Kurkuma kann auch positive Auswirkungen auf die Heilung des Darms haben. Wenn Sie ein undichtes Darmproblem haben kann es helfen, die Schleimhaut zu heilen, und es kann auch die Darmflora verbessern. Lebensmittel Nummer 4 ist Lebertran. Ein Esslöffel Lebertran enthält 375% des täglich benötigten Vitamin D und 450% des täglichen Bedarfs an Vitamin A. Aber er liefert Ihnen auch essentielle Fettsäuren, nämlich EPA, Eicosapenthalensäure, und DHA, Docosahexalensäure, in Mengen von ca. 1035 mg pro Esslöffel EPA bzw. etwa 1650 mg pro Esslöffel an DHA. Ein Esslöffel reicht also aus, um Ihnen all diese Nährstoffe täglich zuzuführen. Neben dem Aufbau gesunder Zellmembranen haben diese essenziellen Fettsäuren auch eine entzündungshemmende Wirkung. Lebensmittel Nummer 5 sind Eier. Wenn Sie täglich drei große Eier essen, erhalten Sie 33% Ihres täglichen Bedarfs an Vitamin D, 30% an Vitamin A, 22% an Zink und 9% an Calcium. Darüber hinaus bieten Ihnen diese Eier 21 g hochwertiges Protein und sind gut für ihren Insulinspiegel. Warum ist das wichtig? In letzter Zeit wurde viel darüber diskutiert, dass Menschen, die an Insulinresistenz, Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, anfälliger für das Coronavirus sind. Insulin spielt hierbei eine Schlüsselrolle. Wenn wir Lebensmittel essen, die unser Immunsystem stärken möchten, geht es nicht nur darum, was sie enthalten, sondern auch darum, was sie nicht enthalten sollten. Daher sollten wir uns auf Lebensmittel konzentrieren, die den Insulinspiegel nicht stark ansteigen lassen. Eier sind in dieser Hinsicht eine ausgezeichnete Wahl. Platz 6 auf unserer Liste gehört dem Königskrabbenfleisch. Eine Portion von etwa 170 g liefert Ihnen mehr als 100% Ihres täglichen Bedarfs an Zink, 20% Ihres Bedarfs an Vitamin C, eine überraschende Tatsache da es praktisch keine tierischen Lebensmittel gibt außer einigen Organen, die etwas Vitamin C enthalten, 8% Ihres täglichen Calciumbedarfs und 31 g vollständiges Protein. Und dazu kommt, dass es sich um ein Lebensmittel handelt, das den Insulinspiegel nicht stark beeinflusst. Nummer 7 auf unserer Liste ist Steak. Ein 170 g Steak liefert Ihnen 145% Ihres täglichen Bedarfs an Zink und beeindruckende 40 g hochwertiges Protein. Und es beeinflusst den Insulinspiegel immer noch positiv. Lebensmittel Nummer 8 sind Paprika. Bereits 100 g liefert uns die doppelte Menge an Vitamin C, die wir benötigen, sowie etwas Vitamin A, ein wenig Zink und Calcium. Jeder Beitrag zählt und zudem enthalten Paprikaschoten viele Mineralien und Spurenelemente. Und das Schöne ist, sie sind immer noch gut für den Insulinspiegel. Lebensmittel Nummer 9 ist Procoli. Bereits 100 g liefert uns 148% unseres täglichen Bedarfs an Vitamin C, 21% des Bedarfs an Vitamin A, ein wenig Zink und ein wenig Calcium. Und auch hier gibt es keine Probleme mit dem Insulinspiegel. Lebensmittel Nummer 10 sind Kürbiskerne. Bereits 85 g liefern Ihnen fast Ihren gesamten täglichen Bedarf an Zink, 5% Ihres Calcium-Bedarfs und 40 g gesunder Fette. Sie sind zwar nicht so gesund wie die Fette in Fisch, da die Fette im Fisch bereits in der EPA-DHA-Form vorliegen, die wir benötigen. Einige dieser Fette können jedoch in diese Formen umgewandelt werden, und das alles ohne den Insulinspiegel zu beeinträchtigen. Es geht also darum eine breite Vielfalt an Vollwertkost zu sich zu nehmen. Ich habe Ihnen einige Beispiele für wirklich gute Lebensmittel gegeben, aber bedenken Sie, dass es noch wichtiger ist Dinge zu vermeiden oder Dinge nicht zu tun, die Stress verursachen und Ihr Immunsystem schädigen. Ich glaube die überwiegende Mehrheit der Gesundheitsprobleme resultiert aus den Schäden, die durch Zucker, Chemikalien und Stress verursacht werden. Zusammenfassend möchte ich betonen wie wichtig es ist unser Immunsystem insbesondere in der kommenden kalten Jahreszeit zu stärken. Eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensgewohnheiten können einen entscheidenden Beitrag dazu leisten. Vergessen Sie nicht unseren Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und Ihre Meinung in den Kommentaren zu hinterlassen. Wir hoffen, dass Sie von diesen Informationen profitiert haben und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Ach, mach, mach Ha gemacht. Vielen Dank.